Hallo liebe Freunde, wir haben das so auf und auf. Und kommt noch ein paar, bis jetzt rein. Das ist ein Zeitpunkt. Und das ist ein Kampf, das ist ein Kampf. Und das ist ein Kampf, das ist ein Kampf. Untertitelung des ZDF Ich bin hier frei unterwegs, mein Nachbarn ist der Fiat und mein gemüteter, der Fiat, gefahren wir von meinem polnischen Mittag. Jetzt sind wir in meinem Wald, bei meinem ist alles. Es ist auch gut, dass wir hier anfangen. Ja, das ist zu selten. Wir denken, du brauchst ja nicht alles. Links und rechts werde ich Platz haben, muss der Hacker immer schnell wegfahren. Ich fahre durch mit meinem Wagen und der Hacker parkiert wieder. Und diese vier Kuchenstämme werden dann gespalten über einen Smoker, zu filmieren in der Kellerbar. Letzter Dosierwagen. Letzter Dosierwagen. Ich hoffe, der geht noch rein in mein Schnitzellager. Wir haben nur noch halb gefüllt. Wir sehen es alle. Jetzt sind wir noch bei meinem Nachbarn am Holzab. Wir können es gerade machen bei meinem Nachbarn. Er bleibt da hier rein. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.